Wie gesagt, ich finde das Interessante ist, es ist wie immer dran, dass man den richtigen Rahmen für sich erstmal findet. Also ich würde jetzt nicht sofort sagen, alle müssen automatisch ihre Meetings duplizieren als Blockzeit. Aber das einfach als Werkzeug zu haben, finde ich sehr, sehr gut. Vor allem das dann im Gesamtteam zu sehen oder im Gesamtunternehmen zu sehen, weil das führt ja natürlich auch dazu, dass man dann vielleicht auch darauf zu sprechen kommen kann, wieso das überhaupt notwendig ist, dass man sich bei den ganzen Meetings dann auch ein bisschen Alleinzeit oder Time-Blocking für seine eigene Deep Work Zeit machen muss. Und das haben wir schon oft genug darüber gesprochen. Es fehlt ja in den meisten Fällen schon an der Erkenntnis, dass sowas wie Deep Work eigentlich eine gute Sache wäre, für egal wann und wo und wie ich arbeite. Also alle können davon profitieren, dass sie sich mal eine Stunde nehmen, alle E-Mails ausschalten, alle Chatprogramme ausschalten, das Handy weglegen und eine Stunde nur an bestimmten Tasks arbeiten. Und das ist ja die Erkenntnis, zu der man erstmal kommen muss. Ja, also das ist quasi der erste Schritt und dann kann man sich natürlich diese ganzen Feinheiten sehr schön zurechtlegen. Ja, also das ist ja die Erkenntnis. Ja, also das ist ja die Erkenntnis. Vielen Dank.